Wöbel der Wut Wölwind ist eine Luftdrache mit Einhornvorfahren, zwei Spezies, deren Charaktere gegensätzlicher nicht sein könnten, sodass sie sich nirgends gut einfügen konnte. Die anderen Drachen waren eifersüchtig auf ihre Schönheit und die Einhörner mieden sie, weil sie fliegen konnte. Doch Wölwind fand eine Zuflucht in den finsteren stürmischen Wolken, wo sie lernte, ihre Sturmkraft zu bündeln. Trotz ihrer turbulenten Jugend war sie die erste, die die Drachen und Einhörner verteidigte, als die Trolle sie zu jagen begann. Sie entfesselte ihre Wut als strahlender, mächtiger Regenbogen, der in vielen Regionen der Skylands zu sehen war. Von dem Tag an zitterten die Bösewichte, wenn dunkle Wolken aufzogen und flohen vor dem Regenbogen nach dem Sturm. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.